Oder wo ist's? Hey, lass mal bitte, ich mach mir das auf gerade Strecke. Das ist dann gut. Hast du das kalte Bier aus der Box gemacht? Nee. Ich hab uns die nächste Frage gewesen, ob du wieder Neues reingetan hast. Nee, ich hab zwar reingeguckt, aber keins gesehen. Aber ich hab auch nur reingeguckt. Ich hatte drei Stück reingelegt. Ja, ich hab die vielleicht einfach überlegt. Hier lag immer von Til Schweiger, die Barfuß. Ah ja. Merpfund. Ich sag mal, das Wasserflugzeug, das scheint's nicht mehr zu geben. Oh, unterwegs war. Ja, ohne das Schwert der Schwangerschaft. Ich hab rechtliche Angst gekriegt. Und dann hab ich hinterher nach meiner Angstzeichen Ansonalinschub gekriegt. Ich hab sofort die Wasserschutzpolizei angerufen. Aber die hat mir leider die falsche Nummer gegeben. Und da ist keiner rangegangen. Aber ich werd da noch was machen. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, bevor so ein Boot kippt. Also das ist wie mit einer Ente fahren. Man denkt immer, da passiert, aber das hält so viel ab. Also das kann so viel ab. Also mit dem Boot würd ich mit 2,4 Meter hohe Wellen abzureifen. Weil mir dann mit Schwertern draußen ist gut. Aber das glaubt man gar nicht, was so ein Boot alles aushält. Ja, wie das rumschwanken kann. Besser. Guck mal, da müssen wir jetzt eigentlich das Zeug stehen. Oh ja, ich stehe. Guck mal, da haben Sie auch aus Sichtgründen abgesägt hier die Form. Was? Da fliegt es teilweise um einen halben Meter oder so ein Ding aneinander. Vollgas, ja. Hauptsache schnell. Der ist nur aggressiv unterwegs. Hauptsache schnell die Fahrt geht. Er rutscht dann immer auf die Pelle. Ja, ja, ja. Da ist ja super cool. Ich verstehe schon. Ja, da sind ja noch Special Pros hier. Oh. Das ist natürlich super cool. Super. Mit diesem Carport oben drauf. Klasse, weißt du. Notfalls die Plane drüber, dann hat man Regenschutz. Ja, das passt ja zum Check-Off. Das ist ja kein Check-Off. Das ist Formel 1. Ich höre nur Formel 1. Genau. Formel 1. Formel 1. Formel 1. Formel 2. Formel 1. Formel 1. Fontsi Ignatius. הצpl件 v one tack. Wir stellen erst mal unter." W극 rema getrént. Erst Ho maar hetst er, dont knows he thuis ihans canot! playing the dirt, dann maucht Herr der Muller. Der mault nur. Der mault die ganze Zeit schon nur rum. Halt's am Maulen. Ich schließe das mal hier an den USB an. Das war ein Gasbüter als bei uns. Ich würde die mal alle landen am Zaun. Ich mach das gerne einfach mal kurz. Hier vorne heißt es linksbleiben, nach unten ist es auch wieder eine Fahrrinne. Grün ist langwort und nach unten ist es steuerfrei. Nein, es ist steuerfrei. Hä? Das heißt, wenn die Grünetonne auf dem Steuer steht, dann bin ich selbstgearbeitet. Ah, so. Ist das der Unterschied zwischen Verhorfen und Grün? Ja, genau. Das könnte es halt nur ein Fahrrad oder ein Fahrrad. Aber das kann ich nicht verwendet. Woher soll die Grünetonne hin? Genau. Völliger Seite von der Tonne. Du die Cofenius entscheidet darüber. Ja. Okay, im Moment wäre die in der Basel nicht vorne rechts. Und jetzt würde ich das sagen, wenn du... Ja, natürlich gehst du davon aus, dass der jetzt nicht da ist. Oder war das nicht? Ne. 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 Das kann gut sein, da bringst du euch gerade auch was. Ja, ja, das kann sehr gut sein. Wenn du da reinfährst, werden sie mich schnell wieder rausscheuchen. Warte, warte, warte. Hallo? Nichts. Die Helm. Komm mal aufs Parleilboot. Ja. Die Helm. 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 Oh, das ist schon wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020